Herzlich Willkommen zur Wahl vom Tor des Monats September 2016. Stimmt einfach über die Infokarte für euren Favoriten ab und jetzt viel Spaß und los geht's. Wählt die 1 für Josip Drümic, Borussia Mönchengladbach. Die 2 für Serge Gnabry, SV Werder Bremen. Die 2 für Serge Gnabry Die 3 für Slatko Junuzovic, SV Werder Bremen. Die 3 für Serge Gnabry Die 4 für Yoshinori Muto, FSV Mainz 05 Oder die 5 für Aaron Johansson, SV Werder Bremen. Musik Stimmt jetzt im Infokasten für euren Favoriten. Der Gewinner wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Musik 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 Musik